Servus zusammen. Mein aufregender Woche ist dieses Mal für mich ein sehr ernstes Thema. Frau Esken hat öffentlich alle Polizistinnen und Polizisten unter Generalverdacht gestellt, Rassisten zu sein. Das ist für mich ein absolutes No-Go, ja ein Tabu. Wir sollten unseren Polizisten lieber dafür danken, dass sie jeden Tag für unseren Schutz und unsere Sicherheit sorgen und sie nicht unter Generalverdacht stellen. Wir sollten ihnen mit Respekt und Anerkennung entgegentreten und sie nicht öffentlich anklagen. Da gibt es für mich auch keine zwei Meinungen. Vielen Dank. Bis nächste Woche. Euer Felix.